Hallo zusammen. Mit Ihnen ist der Kanal ein Topfaktor. Mein Name ist Sergej Malinowski und ich habe kürzlich einen Spielfilm über die Geschichte der Marken Adidas und Puma gesehen. Die Geschichte hat mich so sehr beeindruckt, dass ich dieses Thema ein wenig studiert habe und beschlossen habe, es mit Ihnen zu teilen. Ich werde sofort sagen, dass es im Vergleich zur Realität im Kino eine kleine Diskrepanz gibt. Deshalb fangen wir in der Reihenfolge an. Herzog an der Aurach gilt zu Recht als eine der wichtigsten Sportstädte Deutschlands, obwohl es in der Stadt keine ernsthaften Sportmannschaften gibt. In dieser Stadt befindet sich der Hauptsitz von Puma und Adidas. Im Moment sind diese Sportmarken auf der ganzen Welt bekannt, aber ihre Entstehungsgeschichte könnte sich anders entwickeln. Schuld an allem ist der Konflikt zwischen den Dassler Brüdern. Die Jungen wurden in einer gewöhnlichen Familie geboren. Mein Vater war Schuster und meine Mutter arbeitete in der Wäscherei. Zum ersten Mal haben die Kinder der Mutter geholfen, aber im Laufe der Zeit haben sie ihre Aufmerksamkeit vollständig auf die Arbeit ihres Vaters verlagert und die Grundlagen der Schuhproduktion verstanden und ihm geholfen. Die Jungs waren stark aneinander gebunden, stritten sich aber ständig und fanden heraus, wer der beste Fußballer oder der Stärkere im Lauf war. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde der ältere Bruder Rudolf in die Armee einberufen. Adolf war ein paar Jahre jünger und kam näher an seinem Ende in den Krieg. Glücklicherweise gelang es beiden, lebend aus dem Krieg zurückzukehren. Der jüngste seiner Brüder, Adolf, kehrte in das Haus seines Vaters zurück, während der ältere Rudolf in die bayerische Hauptstadt München reiste, um eine Ausbildung zum Polizisten zu absolvieren. Als ihm das Gerücht vorkam, dass sein jüngerer Bruder eine eigene Schuhfabrik eröffnete, entschied er sich sofort, nach Hause zurückzukehren. Eine interessante Tatsache, die ersten Produkte der Familie Dassler waren Hausschuhe und orthopädische Schuhe für das Training behinderter Sportler. Leider gab es viele solche nach dem Fleischwolf des Ersten Weltkriegs. Improvisierte Mittel wurden als Materialien verwendet. Die Oberseite der Schuhe wurde aus Militäruniformen hergestellt und die Sohlen wurden aus alten Autoreifen geschnitten. Als Ergebnis erblickte die Schuhfabrik der Brüder Duster, die sich ausschließlich auf die Herstellung von Schuhen für den Sport spezialisiert hat, am 1. Juli 1924. Jahr das Licht der Welt. Die Idee war verzweifelt und zeichnete sich durch Tapferkeit aus. Nach dem Krieg befand sich Deutschland in einer Krise und das Land war offengesagt nicht vor dem Sport. Befürchtungen über die Nichtbeanspruchung der hergestellten Produkte waren vergeblich, weil der Staat ziemlich erfolgreich war. Die Fabrik begann große Aufträge zu erhalten und die immer widersprüchlichen Brüder lernten, friedlich zu existieren und konnten zusammenarbeiten. Adolf galt als hochklassiger Meister. Er war in der Gestaltung von Schuhen tätig und beherrschte alle Feinheiten der Produktion gut. Rudolf hatte eine Ader eines echten Verkäufers, er fand ohne Probleme eine Kundschaft. Im Jahr 1925 erfand und nähte Adolf die ersten Fußballschuhe der Welt mit Dornen, die die Schmiede der Brüder Zielen geschmiedet hatten. Das Fußballmodell erwies sich als komfortabel und wurde zusammen mit Turnschuhen zum Hauptprodukt der Dassler. Es stimmt, dass die Massenproduktion nicht sofort gestartet wurde. Im Jahr 1924 mieteten die Dassler ein ganzes Gebäude für ihre Fabrik, erhöhten die Star auf 25 Personen und die Produktion. Bis zu 100 Paar Schuhe pro Tag. Später kauften die Dassler diese Fabrik auf. Im Jahr 1928 erwarb Rudolf eine Familie und schloss sich einer Ehe mit dem jungen Fried an. Ein paar Jahre später heiratete auch ein jüngerer Bruder. Seine zweite Hälfte wurde Katharina. Beide Mädchen halfen ihren Ehemännern fleißig im Geschäft, fanden aber oft kein Verständnis füreinander. Die Ehefrau des jüngeren Bruders Katharina zeichnete sich durch einen explosiven und ehrgeizigen Charakter aus, der in einen Durst nach voller Macht mündete. Die Lebensgefährtin des älteren Bruders Friedl zeichnete sich dagegen durch Bescheidenheit und Besonnenheit aus. Friedl arbeitete sogar an ihren Wochenenden, sie hatte die gesamte Buchhaltung des Unternehmens im Griff. Katharina, als sie noch sehr jung war, wollte nicht auf diese Weise arbeiten. Sie wollte ihren eigenen Weg gehen und hat daher ihren Mann ständig dazu gedrängt, Führungsqualitäten bezüglich der Unternehmensführung zu zeigen. Die Machtübernahme von Adolf Hitler hat zu neuen Möglichkeiten des gemeinsamen Geschäfts der Dassler-Brüder beigetragen. Die Regierung Hitlers gab im Vorfeld der Olympischen Heimspiele im Jahr 1936 enorme Mittel für die Popularisierung des Sports aus. Bald wurden die Brüder Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei. Die Nazis waren leidenschaftlich für Sport und die Brüder waren sich sicher, dass es ihnen in die Hände spielen würde. Durch sportliche Wettkämpfe wurden die Jugendlichen in die Partie hineingezogen und das erforderte eine große Menge an Sportschuhen. Später bedauerten die Brüder ihr Bündnis mit den Nationalsozialisten sehr. Der totale Streit konnte nur ein einziges Ziel beenden, nach einem Athleten zu suchen, der bei den Olympischen Spielen phänomenale Ergebnisse erzielen kann, was als ausgezeichnete Werbung für ihre Unternehmen dienen würde. Adolf schlug Jesse Owens als Kandidat für den amerikanischen Leichtathleten vor und ging mit Geschenken in Form von hochwertigen, besetzten Sportschuhen zum Standort des Olympischen Dorfes, um seine Zustimmung zu erhalten. Ihre besetzten Schuhe haben die Vorstellung, was ein echter Schuh sein sollte, grundlegend verändert. Die Brüder haben nicht verloren, denn der Amerikaner hat erwartungsgemäß eine großartige Leistung abgeliefert und die Olympischen Spiele mit vier Medaillen der höchsten Prüfung beendet. Die Werbekampagne ist zu einem guten Preis gelungen, was sich positiv auf das Prestige der Fabrik auswirkte. Die Bestellungen liefen über den Fluss und jetzt produzierte das Unternehmen der Brüder täglich etwa tausend Paar Schuhe. Innerhalb eines Jahres konnten die Brüder 400.000 Deutsche Mark verdienen und konnten es sich leisten, einen weiteren Raum für die Ausrüstung der zweiten Fabrik zu kaufen. Sie rieben sich die Hände und hofften, dass dies nur der Anfang war. In ihre grandiosen Pläne griff jedoch der Zweite Weltkrieg ein. Jedes Unternehmen dieser Zeit hatte ausnahmslos einige Schwierigkeiten, wenn es nicht unter den Parteimitgliedern aufgeführt wurde. Besonders diese Abhängigkeit zeigte sich in einem Sport, der von der NS-Propaganda-Maschine stark verehrt wurde. Die Brüder haben ihr Vermögen schon lange vor den Olympischen Spielen in Berlin zusammengetragen. Sie trugen sogar den inoffiziellen Titel der reichsten Familie ihrer Heimatstadt. Die Brüder kauften das Haus und wohnten in der ganzen großen Familie darin. Das erste Stockwerk wurde von Adolfs Familie besetzt, das zweite Stockwerk beherbergte Rudolf und seine Frau und das dritte Stockwerk ging an die Eltern. Zum ersten Mal lebten alle zusammen, aber diese Idylle dauerte nicht lange. Die Ehepartner der Brüder stritten ständig und jeder der Brüder hielt es für seine Pflicht, sich für seinen Seelenverwandten einzusetzen. Im Jahr 1930 mussten die Brüder in den Krieg ziehen und die Fabrik wurde von der deutschen Regierung ausgewählt. Jetzt ist sie für die Herstellung von Waffen ausgerüstet. Und die Waffen, die in einer umgebauten Fabrik hergestellt wurden, waren von schlechter Qualität, so dass Adolf von der Front zurückkehrte, um Schuhe für deutsche Soldaten herzustellen. Rudolf kämpfte immer noch weiter und wurde sehr wütend, als er erfuhr, dass sein Bruder nach Hause kam. Nach Kriegsende gerieten die bayerischen Länder unter die Besatzung der Amerikaner. Die Brüder wurden ständig verhört und Rudolf war wieder weniger glücklich. Er stand im Verdacht, mit der Gestapo in Verbindung zu stehen und wurde in ein Lager geschickt, in dem Internierte gehalten wurden. Adolf dürfte in seiner Heimatstadt bleiben, wo er weiterarbeitete. Die Amerikaner waren geschmeichelt von seinen Geschichten, wie amerikanische Athleten olympisches Gold in seinen Schuhen gewonnen haben. Rudolf war fast ein ganzes Jahr im Lager und die Firma, die Adolf allein leitete, begann Aufträge für Amerika zu erfüllen. Es geht um die Herstellung von Sportschuhen für Baseballspieler und Basketballspieler. Nachdem Rudolf nach Hause zurückgekehrt war, gerieten die Brüder schließlich in Streit und beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Die Brüder hatten eine Vereinbarung, die gemeinsame Marke nicht anzuwenden und sie versprachen sich gegenseitig, den Weg von Anfang an zu beginnen. Sie baten jedoch alle Mitarbeiter der Fabrik, sich zu versammeln und baten sie offen, vorzuziehen, mit wem sie die Zusammenarbeit fortsetzen möchten. Die meisten Arbeiter gaben Adolf ihre Sympathien, die anderen zeigten sich Rudolf gegenüber loyal. Die Aufteilung des Geschäfts führte zur Entstehung von zwei Schuhfabriken in der Stadt, Puma und Adidas. Rudolf wählte für seine Fabrik den Namen Erz. Dieser Name dauerte jedoch aufgrund seines schlechten Klanges nicht lange und das Unternehmen wurde in Puma umbenannt. Die Fabriken der Brüder waren nur einen halben Kilometer voneinander entfernt und jeder wollte bei den Verbrauchern an Popularität gewinnen. Der erste hochkarätige Sieg ging an die Firma Adolf. Der Trainer der deutschen Fußballmannschaft war nach dem Anprobieren der besetzten Schuhe von Adidas zufrieden, weshalb ein Vertrag mit Adidas abgeschlossen wurde. Rudolf war sehr wütend auf die Firma seines Bruders und erklärte, dass seine Firma Puma die Ersten war, die Spike-Schuhe erfand und sie sogar mit Fußballvereinen in Westdeutschland belieferte. Eine solche Aussage hat Adolfs überhaupt nicht verwirrt und er parierte die Anklage seines Bruders mit folgenden Worten. Viele erklärten ihre Beteiligung an der Erfindung der besetzten Schuhe, aber es ist wichtig, dass ein solches System zu funktionieren begann. Die Konfrontation der Brüder nahm noch ausgefeilte Reformen an und bald begannen sie sich gegenseitig der Spionage zu beschuldigen. Adolf war nervös und sogar Leute, die schon lange mit ihm gearbeitet haben, wurden unter seinen Verdacht gestellt. Adolf war eindeutig ein kluger Bruder. Seine Firma hat den Pelepakt unterzeichnet, der es niemandem gestattet, einen Vertrag mit dem besten Spieler der Welt zu unterschreiben. Rudolf schaffte es jedoch inkognito, seinen Sohn in die mexikanische Hauptstadt zu schicken, um den Fußballkönig mit 10.000 US-Dollar zu bestechen, oder er wusste nicht, was er mit so viel Bargeld machen sollte und lagerte das Geld unter Blumentöpfen, erinnert sich einer von Rudolfs Enkeln. Nachdem Adolf von dem schlauen Plan seines Bruders erfahren hatte, schickte er seinen Sohn, um seinen Bruder über den Deal mit der Säge zu überzeugen, aber es war zu spät. Im nächsten Spiel kam der König des Fußballs in neun schwarzen Pumaschuhen heraus. Diese Konfrontation zwischen den Brüdern endete nie, obwohl jeder von ihnen zugab, dass er sich wirklich versöhnen wollte, aber es war ihnen nicht erlaubt, dies zu tun, ob Stolz oder Dummheit. Sogar ihre Ruhestätten fanden sie an verschiedenen Enden eines Friedhofs. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, unterstützen Sie Ihre Bewertung und Ihr Abonnement und klicken Sie auch auf die Glocke, um ein zukünftiges interessantes Video nicht zu verpassen. Und welche Marke gefällt dir besser als Puma oder Adidas? Bis jetzt für alle, bis wir uns wiedersehen.